Scheiße! Ich würde auch mal gerne ein Boxtraining machen. Ich glaube, ich wäre ein bisschen wie Anthony Joshua. Kind in die Fresse. Oh, Digga, unnötig. Oh! Ja, Hand gegen den Kinn, Digga. Aber ich sage auf ehrlich, also ernst, ich wäre stabil. Kommt nur komisch, wenn du die Frau sagst, du bist in der Ritze. Nee, genau das ist es nämlich.